ein wunderschönen guten tag herzlich willkommen das ist ein kleines ankündigungs video beziehungsweise ja endvideo von black ops 3 und zwar also heute kam ja part 11 aber leider wurde dieses video von von der gma gesperrt weil im letzten teil beziehungsweise ja in den letzten paar minuten gab es halt musik die ja halt nicht genehmigt war dadurch wurde dann das video gesperrt und weil ich nicht unbedingt jetzt noch mal zwölf stunden hochladen will ja sage ich jetzt einfach kurz was in dem part passiert ist wie mir das spiel gefallen hat also in part 10 wurde ja bekannt dass hendricks sich gegen uns gewandt hat und taylor erschossen wurde gegen den haben wir dann auch gekämpft also hendrick war mit dabei und ja wir hatten halt hoffenweise probleme mit robotern und dann ist auch noch mal ein spiel gecrashed ja naja letztendlich kamen wir dann zu einer kammer in der nova 6 gas gelagert wurde für die test subjekte in diese kammer gegen dann kane und ich habe immer noch nicht verstanden wieso aber ja irgendwie konnte dann das gas austreten und sie starb an den folgen dieser nerven dieses nerven gases dann gegen wir weiter und kamen in einen raum wo hendricks mit dem wie nennt man das denn ja mit dem typen von diesen komischen test subjekten der die halt getestet hat waren halt zusammen und als dieser als hendrick hendricks dann diesen erschossen hat erschossen wir erst hendricks und dann uns selbst ja dann kamen wir in den vereisten bald und wir sind dann der der software beziehungsweise dem virus welcher in uns und hendricks und taylor und in allen anderen schlummerte sind wir dann begegnet und wir haben dann eigentlich die aufgabe aufgabe gehabt den vereisten wald zu zerstören aber je weiter wir halt vorgedrungen sind desto ja sag mal schlimmer wurde es mit uns und als wir dann diesen eigentlich das herz des vereisten bald weil alter das herz des vereisten bald es zerstört hatten kamen wir dann in den raum mit taylor wo wir uns erschossen hatten denke ich mal ja dort stand ein computer und das virus kam dann auch zum vorschein wollte uns angreifen und taylor hielt ihn halt davon ab und letztendlich wurde dann unser dni gelöscht wir gingen weiter nach unten wo dann die ganzen soldaten unserer einheit standen und uns ja wir wurden gefragt wer wir denn sein und wir sagten taylor ob wir das natürlich nicht waren ja das war dann das ende und ja letztendlich wollte ich nur sagen also das spiel hat mir sehr gut gefallen auch wenn es manchmal ja ein paar stellen gab wo ich am besten oder am liebsten meine maus gegen die wand geworfen hätte zum beispiel die ganzen sachen mit dem granaten werfen also das ging mir so auf den sack dass man einfach jedes mal eine scheiß granate reingelaufen ist aber ja also das spiel hat eigentlich man muss halt nachdenken weil das ist nicht so einfach zu verstehen vor allem mit dem was halt alles passiert ist und was passieren wird aber ja also spiel hat mir sehr gut gefallen und das war's dann eigentlich mit dem kleinen ankündigungs video ja mal sehen was das nächste projekt sein wird aber ich denke mal da wird wird es bestimmt irgendwas geben gut dann sehen wir uns beim nächsten mal habt noch einen schönen tag ein schönes weihnachtsfest und wir sehen uns beim nächsten mal ciao